Hallo Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, wir sind schon bei Teil 5 angekommen. Teil 5, Thema Burnout-Prävention. So, wieder ganz wichtige Ansage an alle, die uns frisch zugeschaltet haben, die mich noch nicht kennen, die vielleicht den ganzen anderen Teil nicht kennen. Wenn ihr jetzt eingeschaltet habt und ihr seht gerade beim Thema Burnout-Prävention schon bei Teil 5, dann bitte ich euch, schaut ein Einstiegsvideo an, der ist ganz wichtig und dann Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 und dann kommt Teil 5. Warum? Das ist wichtig. Nur so habt ihr eine Chance, aktiv gegen einen Burnout zu arbeiten. Wenn ihr alle Infos habt, nicht nur einzelne Infos. Ganz wichtig, denn nicht Teil 1, Teil 2, Teil 3 ist nach Priorität. aufgelistet, das heißt Teil 1 ist für mich der wichtigste und so geht es eigentlich weiter nach oben. Gut, wo sind wir heute? Heute geht ihr natürlich erstmal klar Burnout, Burnout, Prävention, Prävention, Prävention. So, und heute zählt ihr bei Teil 5. So, und Teil 5. Was ist das Teil 5? Wo will ich hin? Das ist für mich auch wieder klar aus eigener Erfahrung mit meinen Kunden wieder. Das ist einfach über drei Jahre jetzt Erfahrung, auch viele Bücher gelesen dazu. Wichtig, auch so meine eigene, meine Berufserfahrung. Freunde, ganz wichtig. Ihr braucht für euch pro Tag eine kleine, sogenannte Rettungsinsel. Eine reizarme Rettungsinsel. So, was ich erlebt habe von mir selbst, natürlich auch viele von meinen Kunden, ist so, dass wir vor lauter, vor lauter Projekte, was wir alles machen, wie erfolgreich wir sind, wir brauchen viel Aufmerksamkeit, wir wollen Erfolg haben, vergessen wir uns selber. Wir vergessen zu sagen, wann habe ich Auszeit? Wann ist meine Zeit? Ja gut, ich habe in sechs Wochen Urlaub. Oder in drei Wochen gehe ich zwei Tage weg, da erhole ich mich. Freunde, das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Wir können nicht unseren Körper programmieren, dass er in 14 Tagen sich erholt für zwei Tage. Wir brauchen allein drei bis vier Tage, bis wir überhaupt mal abschalten können. Dass wir überhaupt wissen, dass wir nicht arbeiten. Also, dann schieben wir alles auf zwei Urlaube im Jahr und da sollen wir unsere Akkus aufladen. Das ist doch eigentlich völlig unlogisch. Das kann nicht funktionieren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich jeden Tag eine kleine Rettungsinsel für mich habe. Eine kleine Urlaubsinsel. Jeden Tag. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, wenn es nur eine dreiviertel Stunde ist. Was soll man da tun? Da ist es schön, wenn man was Kreatives macht. Was Kreatives für sich selber. Ihr braucht vielleicht ein kleines Hobby, wo er Kreativität ausleben lässt, wo er es schafft mit diesem kleinen schönen Hobby. Das kann alles möglich sein. Der eine mag Briefmarken sammeln, der nächste mag keine Ahnung was seine Turnschuhe sortieren, sehr schön sauber machen. Der nächste hat eine schöne Büchersammlung, die er natürlich jeden Abend ein schönes entspannendes Buch liest. Da gibt es ganz viele Dinge. Auf jeden Fall brauchen wir für uns kreative Zeiten. Jeden Tag. Sechs bis sieben Tage nur am allerbesten. Und deswegen meine Empfehlung an euch. Eignet euch was Kreatives an. Ihr könnt auch malen. Ihr könnt schreiben. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber auch hier wichtig. Ihr müsst euch das jeden Tag einplanen. Ihr habt gerade im letzten Video mitbekommen, da ging es um das Thema Zeitmanagement. Auch solche Sachen sollen nicht eintragen. Jetzt kommt vielleicht schon von einem oder anderen das Argument, aber hör mal, so viel Zeit habe ich gar nicht. Ich muss ja am Tag zwölf Stunden arbeiten. Da ist mein Tipp, wir müssen gar nichts. Wir müssen auch nicht zwölf Stunden arbeiten. Das müssen wir nicht. Wir können zwölf Stunden arbeiten. Das Problem ist aber, wenn du jetzt keine präventive Maßnahme ergreifst, dann kann es sein, jetzt kommt der Punkt, da kannst du dir das nicht mehr raussuchen, ob du das jetzt machen willst oder nicht. Sondern da wird es für dich überlebensnotwendig sein, diese Maßnahmen zu ergreifen. Genau aus diesem Grund ist es immer ganz wichtig, wenn wir präventiv arbeiten. Ganz einfach, einfaches triviales Beispiel. Wie tickt der Mensch, wann fängt er an zu sparen? Exakt dann, wenn nichts mehr da ist. Und so, das ist keine gute Verhaltensweise. Wir brauchen immer ein gesundes Polster. Und so ist natürlich auch hier die präventive Maßnahme, was für seine Kreativität zu tun. Ah, das ist ein Polster. Wir bauen uns ein Polster auf. Wir sorgen dafür, dass wir Ressourcen haben. Dass wir belastbar sind. Und dafür brauchen wir zum Beispiel täglichen 30 Minuten, wo wir uns um uns kümmern. Das kann auch, habe ich ganz vergessen, Meditation sein. Das können auch nur 15 Minuten sein. Ihr könnt auch diese 30 Minuten verteilen auf den ganzen Tag, indem ihr zum Beispiel alle 2 Stunden 5 Minuten Achtsamkeit eingelegt. Achtsamkeit. Wie geht das? Ihr schaltet eure digitalen Medien aus, setzt euch hin und achtet nur auf euren Atem. Tief einatmen, 3 bis 4 Sekunden kurz anhalten, wenn man eingeatmet hat und dann 7 bis 8 Sekunden ausatmen. 6 Mal am Tag, 5 Minuten. Auch das könnt ihr machen. Auch das hilft. Auch das kann eine kleine Insel sein, um uns wieder zu regenerieren. Freunde, das war es auch schon wieder. Das war jetzt Teil 5. Was kreatives, kreatives, was für uns 30 Minuten Urlaub jeden Tag aufgeteilt sind wir schon als 6 mal 5 Minuten. Das, was ich euch gerade gesagt habe, liebe Freunde, das war es schon wieder Teil 5. So, wenn ihr dazu Anregungen habt, wenn ihr selbst schon gute Erfahrungen gemacht habt, wie ihr das einsetzt, dann bin ich immer dankbar dafür, wenn ihr es unten in die Kommentare reinschreibt, gebt mir ein bisschen Feedback zu diesem Thema, helft ein bisschen mit, arbeit aktiv mit, ich freue mich drüber. Und vor allem, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ihr konstruktive Kritik anwendet. Ich bin in diesem Bereich schon seit 2014 aktiv bei mir selber, habe schon viele Bücher gelesen. Aber ich bin nicht allwissend. Es gibt bestimmt viele draußen, die haben ihre eigenen Erfahrungen gemacht und auf diese Erfahrungen bin ich sehr, sehr, sehr neugierig. Freunde, das war es, Teil 5, Burnout-Prävention, Kreativität, Zeit für dich. In Kürzen geht es weiter mit Teil 6. Mit wieder einem sehr spannenden Thema. Bis dahin. Kürzen 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 Kürzen